erstmal russer sein perfekt team wechseln ja delta darf nicht wechseln mach einfach mal pro forma charlie auf russer auf kannst du mal checken ob du wechseln kannst wenn du tot bist ich würde es auch wieder versuchen ein weppern ja mit der svd alter ist das wieder ein bitterer shit man aber level 2 naja genau mit einer sniper jetzt hier rum rennen dau zwölf bring it on motherfuckers noch mal zu wechseln bei dir ist jetzt ein platz frei geworden ja ich bin immer noch das kann sein ja also ich bin immer noch mein gott sollte im ganzen abbruch tun wenn ihr beide jetzt im team seid da auch manchmal ganz witzig sich gegenseitig mal einen haufen zu ballern oh wenn mich wieder hängen würde beim einglocken ist das eine patch in der oder was ja ja kill assist kill assist kill assist großartig ich werde immer am ganz anderen ende der maps borne mann das war die tür schlimmer real life besuch naja insta kill von der magic funzel weißt ja der grämscheck ist bei mir dann seid ihr im team ach so hier muss man jetzt alles aufsammeln das habe ich noch nie gespielt echt nicht das ist ganz witzig eigentlich also du hast du hast nichts was deine klasse hat also welche klasse du nimmst ist egal du hast kein medikit und so auch kein defi du startest immer mit einer pistole und die hau die primärwaffen wo ist denn das für eine bumme hast du halt immer auch nur begrenzte munition also das ist eigentlich recht wenig munition ist oder wo ist das eine miese bumme wenn wir mir einen arsch aufreißen wo sehe ich denn die werden die angezeigt oder muss man da genau hingucken um die waffen zu sehen die werden die sind die leuchten so also du siehst ja wenn du in die nähe von denen kommst das sind dann diese die so abzeichen zeichen auf dem boden es gibt ein strich zwei strich und drei strich warten aber letztendlich also ich weiß nicht ob ich da so viel drauf geben ob die jetzt besser oder schlechter ist weil es letztendlich geschmackssache waa granate hilfe bei kill also die map ist so mies ne das ist das assadi palace eigentlich keine ahnung wie die map heißt naja naja wir sind ja da nicht einmal gesehen ooo alter ooo alter ooo 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 Wenn du es das erste Mal spielst, dann, äh... Hätte ja auch sein, dass irgendeiner dir immer die Dinger vor der Nase wegschnappt. Oh, das... Oh, oh, das wird aber knapp. Schaut mal die Tickets an. Oh, oh. 8 zu 4 für euch. 8 zu 3 für euch. 6 zu 2 für euch. Nein, ich finde keine Gegner. 5 zu 2. 3 zu 2. Nicht sterben, du Affe. Ich finde keine Waffen. Nein. Wie knapp, Alter. My Team 1. Äh, ja. Bier, neues Heu und so. Bis gern.